Da werden die Augen der Fans groß. In Rebecca Mirs neuestem Instagram-Video tanzt sie mit süßem Babybauch. Es ist die Liebesgeschichte von Let's Dance. Rebecca Mir und Massimo Sinato lernten sich 2012 in der RTL-Tanzshow kennen und lieben. Dass es bei heißen Rumba-Schritten und feurigen Cha-Cha-Cha-Choreografien gefunkt hat, machten sie wenig später öffentlich. Trotz anfänglicher Zweifel seitens der ZuschauerInnen bewiesen die beiden, wir gehören zusammen. Über acht Jahre sind der Tänzer und das Model mittlerweile verheiratet, und das auch noch glücklich. 2021 erblickte ihr erster gemeinsamer Sohn das Licht der Welt und machte die beiden zu stolzen Eltern. Über den Namen ihres Nachwuchses bewahren Rebecca Mir und Massimo Sinato bis heute stillschweigen. Lediglich ein paar Schnappschüsse hatte vor allem Rebecca in den vergangenen Monaten geteilt. Dass der Kleine kein Einzelkind bleibt, lässt das neueste Instagram-Video von Rebecca mir vermuten, oder etwa doch nicht? Anlässlich Messimos 43. Geburtstag am 2. Dezember postete die Tuff-Moderatorin ein süßes Video bei Instagram. Vergnügt tanzt das Paar zu, Ico Ico, My Bestie, von Justin Wellington. Dazu schreibt Rebecca, Happy Birthday to my Dance Partner in Crime. Hashtag Birthday Boy. Neben den strahlenden Gesichtern der beiden fällt vor allem eins auf, Rebeccas großer Babybauch. Für ihre Fans ein echter Grund zur Aufregung. Die User, innen kommentieren, echt, wieder schwanger, toll, ihr seid so ein tolles Pärchen, ein Team, ich wünsche euch ganz viel Glück. Oder, wie schön du hast einen schönen Babybauch, meinen Glückwunsch. Aber kann das wirklich sein? Schließlich lässt kein vorheriges Bild vermuten, dass Rebecca wieder schwanger ist. Schaut man sich ihre aktuelle Instagram-Story an, fehlt ebenfalls jede Spur einer runden Kugel. Ob es sich bei dem Video also nur um eine zwei Jahre alte Aufnahme handelt, oder ob sie tatsächlich wieder schwanger ist, werden die kommenden Wochen zeigen, wir sind gespannt.